so der kleine muss nur den großen damit es aufgeht ok ok Du hättest den ersten und nicht verschieben sollen. Leg den mal! Ja, den jetzt ganz links, dann runter. So geht ja nicht, warte mal. Ich muss ja den roten, damit ich den da rein kriege. Jetzt schiebst du den erst einen rüber, jetzt gehst du raus und machst den roten. Dann den da rein. Ja, ganz hinter. Ja, jetzt den großen roten wieder runter und den kleinen roten gleich hin. Ja, voll. So. Den kann ich da raus, aber... Links. Hoch. Runter. Nee, zurück. Nee, roten rein. Großen. Den nach links. Gessen nach. Dann... Nee. Dann gehen wir in den kleinen rein. Hoch. lich hoch. Immer rechts, Hof. Links, links. Links, 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 links. runter, rechts, aber ich habe eine Idee, der geht runter, den rechts, runter, den rechts, hoch, jetzt kommen wir hier gerne runter, jetzt kommen wir hier nicht mehr runter, ja, jetzt mal zurück, so, hoch und rechts, nee, das wird wohl nichts, rechts, 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 hoch, rechts, links, 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 hoch, hoch, rechts, nee, da kommen wir nicht mehr ran, runter, in den kleinen rein, runter, rechts, genau, hoch, ganz nach links, unten, rechts, hoch, dann ganz nach rechts, runter, links, hoch, runter, links, hoch, rechts, 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 und bringt uns auch nicht viel, so, das habe ich jetzt gerade gesehen, gehen wir mal oben den rein, den auch ganz links, den runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, nee, in den roten rein, klein, rechts, raus, ganz in den großen rein, roten, nach links, hoch, ganz nach rechts, runter, links, raus, da waren wir schon mal, da waren wir schon mal, stimmt, warte mal, ich habe eine Idee, ich muss ja den, und dann muss ich ja irgendwie den so, dass ich den mit dem, ich sag mal, weißen C hier greifen kann, ja, ja, dazu müsste der eins rüber, oder der müsste weg, sonst kann ich den da ja nicht hinschieben, den kriege ich aber nicht hoch, wenn der weiße auf der anderen Seite ist, oder? Warte mal, 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 wenn du jetzt rüber schiebst, kriegst, kommst du nicht mehr aus dem hinten, aus dem roten raus, da kommst du nicht rein, ja, stimmt, ach, scheiße, hä, ne, was hätte noch mal, So hoch halten wir, zweiter Anfang runter, rechts, links, links runter, so dann den zurück, runter, hoch, oben, rechts, rechts. So den, da komme ich aber nur. Jetzt er hoch. Nee, zurück. Runter, hoch. Ganz nach, ganz nach rechts. Ja, jetzt kannst du den roten, den Stück rüber schieben. Ja, aber jetzt kriege ich den aus der Ecke nicht mehr raus. Jetzt runter. Jetzt. Ah, du kriegst den roten hoch. Ja, kriege ich aber trotzdem nicht rein. Warte mal. Ja. Ähm. Links. Nee, den kleinen, den kleinen war schon richtig, den kleinen nach links. Vorstuhl rein, genau. Ja. Ja. Hey. Sehr gut. Juhu. Videospieler. Wir sind Videospieler. Guck. 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 Geil. Voll cool. Wollte schon immer mal sein. So, groß drittelt. Äh, ich glaube der ist durchgebrannt. Ah. Okay. Hä, aber jetzt haben wir nur zwei Münzen. Wie viele Batterien braucht man? Wollten die nicht drei Münzen? Ach ne, das Öl kostete drei. Ich dachte... Das Öl kostete drei. Ja, genau. Okay. Jetzt kann man den Batterien holen. Genau. Der hat Spaß. Nee, 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 da oben ist der Automat. Nein, der ist auch ein... Ach so. Ja, 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 ja. Ja. Ich war so fasziniert von dem Rollstuhl-Opa. Super. Eine Batterie, eine Münze, siehst du? Zwei Batterien braucht man. Habe ich jetzt die andere gar nicht mitgenommen? Die andere Münze, die wir gekriegt haben? Toll, ist Geld verschenkt. Ah, super. Ja. Naja. Ich hole die mal eben schnell. Ich hoffe, dass ich alles normal machen. So. Ich hoffe, dass wir das nicht alles nochmal machen. So. Ich hoffe, dass wir das nicht alles nochmal machen. Das sieht hier aus. Alles gut. Da ist keine Münze. Doch, da ist eine Münze. Siehst du? Aha. Ach, da. Ach, da. Jetzt sind lecker die Spielhalle nicht so viele Besucher. Ja, ne. So. Jetzt müssen wir nur wieder zu dem Fuzi kommen. Nee, noch eine Batterie. Noch eine Batterie? Brauchen wir zwei? Ja, noch zwei gezeigt, oder? Sicher? Ja. Okay. Du wirst recht haben. Okay, da hat's eine Doppelbatterie gezeigt. Hm. So. Kannst du die zusammenbinden? Zusammenbinden? Hä? Ich muss doch nach oben. Starter Engine. Geht nicht mehr. Ernsthaft? Na, geh mal. Ach so. Nee, geht ja nicht mehr. Ich hätte mal das Rohr wieder hochklettern können. Der war doch viel zu hoch. Der hat sich doch da fallen lassen. Na, wenn du dich lang machst. Das Schlauch ist nämlich nur weg. Habt ihr die noch? Na, gut. Kannst du nicht mehr tanken. Ich weiß, wenn die auslaufen würde. Ja gut, aber wer soll schon wissen. Aber wir hätten doch auch gar nicht... Also hätte man gar nicht in einem Rutsch gekonnt, oder? Was? Ja, die Batterien konnten wir doch vorher noch gar nicht holen, ne? Nee. Das heißt, das ist jetzt nicht nötig. Nee, wenn wir denen... Ja, aber ich hab gesagt, vielleicht hätte man ja wirklich mal testen können, ob man da nochmal... ...das Rohr irgendwie hoch kann, wenn man sich lang macht oder so. Dass du direkt bei den Kunden rauskommst. Ja. 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 Ich dachte, man könnte da noch drunter krabbeln. Hm. Denk dran, außen, auf der gegenüberliegenden Seite stand die Maschine, aber... ...dass sie dann den Arsch kriechen. Was? Na, auf der anderen Seite von der Wand stand die Maschine, die wir kaputt gemacht haben. Nicht runtergehen. Ja, wir haben noch ein paar Trieger. Ja, hier. Guck, hier ne doppelte. Da will ne doppelte haben. So eine. Okay. Yay. Flöp. Achso, ich dachte schon. Ich hätte jetzt gelacht, wenn jetzt die Plattform runtergehuckt wäre. Ja, ja. Hatte ich eigentlich mit gerechnet. So, bist du wieder glücklich? Okay. Kann ich dann da rein? Äh, äh. Wow. Auspüle. Ah ja. Da ist die Maus. Was ist das denn, ein Pilz? Qualle? Was ist das? Hm. Keine Ahnung. Ein Köttel mit drei Beinen. Oh. Ja, das kann nur sein. Oh. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Guck mal, da hinten ist was an der, an der, an der Wand. Ja. Minus 1, 0, 1 und das sehe ich nicht. Kannst du das Blatt wegschieben? Ja. Ja. Stern. Stern. Hilft uns das? Ah, warte mal. Da fehlt noch einer mit zwei. Ah. Ach du Gott. Weißt das, wir müssen alle irgendwie verbinden? Nee. Ach nee, wir müssen die Formen hier machen. Okay, aber wir brauchen noch den anderen Stecker dann dafür, ne? Ja, guck mal, guck mal. Guck mal. Guck mal weg. Hier, das Null schaffen wir. Guck mal, das, ja. Das, das kannst du eigentlich geben. Und das kriegen wir ja hin, dafür brauchen wir die Ecke nicht. Ja, dann. Also. Den. 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 Ach so, der zieht den gleich rüber. Ähm. Keine Ahnung. Der war aber richtig gewesen. Okay. Also da. 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 Okay. Da. Nee, hoch. Da. Mhm. Da. 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 Nee. Ach so. Ah, okay. Ich resette mal. Ich verstehe das. Da ist genau runter. Dass du das schon wieder alles verstehst. Da? Rechts hoch. Rechts hoch. Ja. Dann oben in der Mitte. Ja, da runter. So. Dann rechts rüber. Nee. Und doch wird er auch noch gehen. Ja, da unten. Links. Rechts. Ja. Ja, aber der fehlt. Nee. Nein. Ja, ja. Geh unten nach rechts jetzt. Gerade rüber. Ach so, da war auch noch einer. Okay. Und dann noch links. Dann nach links. Okay. Okay. Okay, ist vorne unter Null oder was? Äh. Mhm. Was ist jetzt passiert? So, haben wir wahrscheinlich da vorne. Ah. Oh, tatsächlich. Äh. Tatsachlich. Äh. Okay. Man kann doch hier hoch. in der Mitte. Okay, das ist die Null. Können wir noch einen machen? Hm. Den könnten wir doch eigentlich auch machen. Da brauchen wir den Äußeren auch nicht für. Doch. Nee, die Eins und die Null. Bei der Eins sind wir ja. Bei der Minus Eins können wir nicht. Ja. Und was war das oben? Ja. Mhm. Brauchen wir auch nicht, oder? Der wär ja hier zwischen. Ich meinte... Ah. Hm. Hm. Da eine Spitze. Okay. Nee, warte mal. Die Spitze. Da hoch. Da runter. Äh. Da. 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 Ja. Nee, es war verkehrt rum. Die Spitze war oben. Die Spitze war oben. Da seitdem wir nicht mehr. Den rechts ganz rechts runter jetzt. Da. Ja. Ja. Dann links oben. Ja, jetzt rechts rüber. Runter links. Und hoch in die Mitte. Und hoch in die Mitte. Ja, ein bisschen verzogen. Aber ja. Ja, jetzt sind wir auf dem Dach. Abonniert. Board. Der. Untertitelung des ZDF, 2020